Der Holiday Park Plopsa im Pfälzischen Hassloch lädt kleine und große Besucher zu einem erlebnisreichen Tag ein. Der Adrenalinspiegel steigt, das Herz rast im Anubis Freefall Tower. Jede Menge Shrill-Attraktionen wie die Expedition G-Force, eine der größten Achterbahnen in Europa, versprechen Action und Faszination pur. Der Holiday Park Plopsa bietet der gesamten Familie ein ausgewogenes Attraktionsspektrum. Im neuen Themenbereich Maya-Land empfangen Mayas Freunde die Erlebnishungrigen. Mit den vielen Neuheiten, tollen Shows und Events ist der Holiday Park ein toller Tagesausflug. Garantiert! Vicky Splash sorgt für spritzigen Wasserspaß. Rein in die Fässer und auf in Baumwipfelhöhe! Auf dem Donnerfluss eine abenteuerliche Reise. Keine Chance, den Strudeln und Stromschnellen zu entkommen. Oh mein Gott! Ah, komm jetzt zu lemmer das Messen also! How 부� Oh, 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 oh. Mit Skyscream hält ab der Saison 2014 eine Achterbahn der Superlative Einzug. Beim Katapultstart wirken Kräfte von bis zu 3,5 G auf die Fahrgäste, bevor sie in 55 Metern Höhe mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde senkrecht nach unten durch einen Looping jagen. Bis zum nächsten Mal.